Die gründliche Reinigung Ihrer Tanks ist zeitintensiv und teuer. Manuelles Einsteigen in Tanks ist beschwerlich und auch nicht ganz ungefährlich. Jetzt ändern wir das. Das traditionelle Schweizer Familienunternehmen Moog stellt seit Jahren automatische Reinigungssysteme in besonders hochwertiger Qualität her. Die Reinigung Ihres Tanks funktioniert jetzt ganz einfach. Dreidimensional rotierende Hochdruckspritzköpfe mit definierten 360-Grad-Spritzmuster werden eingesetzt für die wirksamste, schnelle und wirtschaftlichste Innenreinigung von Tanks ohne Chemieeinsatz. Für die effektive Reinigung mit Hochdruck ist die Aufprallkraft des Wasserstrahls neben der Spülwirkung des Wassers entscheidend. Die spezielle Konstruktion und die hohe Präzision in der Fertigung gewährleisten, dass bei Moog Reinigungsköpfen das Wasser trotz des hohen Drucks nur durch die dafür vorgesehenen Düsen austritt, damit die volle Reinigungskraft dort zur Verfügung steht, wo diese benötigt wird. Die kompakte Bauform der Geräte bietet nicht nur Vorteile beim Einführen der Reinigungsköpfe durch enge Behälteröffnungen, sondern erleichtert gleichzeitig das manuelle oder automatische Handling aufgrund des geringen Gewichts. Die Vorteile auf einen Blick. Niedriger Wasserverbrauch bei sehr hoher Reinigungswirkung ohne Chemie. Zuverlässig und langlebig durch robuste Konstruktion, hohe mechanische Präzision und beste Materialien. Niedrige Servicekosten durch wartungsfreundliches Design und faire Ersatzteilpreise. Einfache Handhabung durch niedriges Gewicht und geringe Abmessungen. Umfangreiches Produktangebot und entsprechendes Zubehör für vielfältige Anwendungsgebiete. Hohe Arbeitssicherheit. Besuchen Sie uns jetzt www.mooc.swiss